Im Spiel des IAC Knights gegen den Nuracher Bulls aus Sanktuchlichem Pellasi zunächst einmal den Weißspielenden Tiroler an der Scheibe. Die Tiroler versuchen es. Immer noch den Nuracher Bulls. Pass. Die Nummer 20. Das ist übrigens Alexander Gittstaller, der Kapitän der Knights. Jetzt abgewehrt, gut aufgepasst von Markus Schwarz im Tor. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Schuss. Abgewährt. War nicht so einfach wie es aussah. Und wie gesagt, Markus Schwarz ist ja erst in dieser Saison im Tor. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Schuss. Aber der Puck ging am Tor vorbei. Gute Aktion. Und jetzt wieder. Die Knights an der Scheibe. Versuchen es über die rechte Seite. Pass. Immer noch die Knights an der Scheibe. Wieder die Erzsatz. Erzsatz. Nur der Bulls. Jetzt wieder. Die Nummer 15. Der Knights ist an. Nichts Hopfgärtner. Pass. Schöne Aktion der Knights. Die allerdings nichts einbringt. Ein paar schöne Duelle hier am Eis. Jetzt wieder die Knights an der Scheibe. Pass. Reiter Abschlag. Aber auch sehr weit am Tor. Von Mario Franke. Vorbei. Keine wirkliche Gefahr. Also. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Kontermöglichkeit. Die Nuracher Bulls sind an der Scheibe. Sehr eng beim Gegner. Wie er sich beim Eishockey gehört. Und wir befinden uns mittlerweile in der zweiten Halbzeit. Jetzt wieder. Pass. Neuer Versuch. Gute Aktion. Und jetzt wieder ein neuer Versuch. Aber auch da bringt es nichts ein. Es steht in jedem Fall. Ein ganz guter und knappes Zähnen. Hier bei uns. Bei diesem Spiel. Jetzt wieder die Nuracher Bulls. Schuss. Nachschuss. Aber die Knights können sich befreien. Was allerdings nichts an der Tatsache ändert. Dass die Nuracher Bulls auch dieses Spiel für sich entscheiden können.